Musik New Aurilicas bei Rallywop im Bonchpop, Gep-Witchi-Gep Also, dass wir auf neue Musik von Oasis nicht erwarten müssen, das sollte ja jetzt auf dem letzten Film klar sein, aber immerhin können wir uns freuen, es gibt von einer Lüfte neue Musik, Noel Gallagher. Er bringt ja sein viertes Album raus, jetzt bald, Counts the Skies, wie wird es heißen, mit seinen High Flying Girls macht er das und daraus gibt es jetzt schon wieder einen neuen Song, Easy Now heißt er. Könnt ihr euch anhören auf radio.org.de in voller Länge, den unseren Rocknüpfel vielleicht schon mal vorfreunden, vielleicht hindert das ja ein bisschen die Trauer, dass es von Oasis selber nicht gegeben wird. Wir haben jetzt aber auch nicht viel Zeit, traurig zu sein, wir müssen nämlich hier die Daumen drücken für den nächsten Wunschbauer in der App, hallo. Hallo der Radio-Opti, mein Name ist Berling und ich bin dann auf dem Weg nach Münchstags zu meiner schönen Prüfung und ich werde jetzt mal los noch ein bisschen abzudrocken, den letzten Abend. Und daher wünsche ich mir, woher wir haben, für die Eingang von Chris machten, das ist eines davon und ja, Rocknüpfel und es macht. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the last night? To the escape from reality. Open your eyes. Belle dizzy! Sprecher projects Feel free Musik Moses Bus damit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020